Um Cashewkerne zu rösten, heize den Backofen auf 180 Grad Celsius vor und lege ein Backblech mit Pergamentpapier aus. Verteile die Cashewkerne gleichmäßig auf dem Blech und sprengle einen bis zwei Teelöffel Öl darüber. Rühre die Cashewkerne dann um und röste sie in Intervallen von drei bis fünf Minuten. Rühre sie hin und wieder um, damit sie nicht anbrennen. Wenn sie fertig sind, verströmen sie einen kräftigen, angenehmen Geruch. Lasse sie vor dem Servieren abkühlen.